Stratcom hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes. Danke, Captain Farron. Captain Reyes, wichtige Nachricht vom Admiral. Durchstellen. Ja, Sir. Hier kommen Sie. Captain Reyes, Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch sechs Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay.